Als ich in die Arena eingelaufen bin und dann alles gesehen habe, wie groß es ist, es ist auch deutlich einer beleuchtet als sonst für den ganzen Zuschauern, muss ich schon sagen, dass ich mich tierisch freue. Das ist schon ein tolles Event, wenn dann 4.000 bis 5.000 Zuschauer kommen und die Halle voll ist. Ja gut, das ist das, warum die Spieler diesen Sport betreiben oder diesen Beruf ergriffen haben, genau wegen solchen Veranstaltungen sich vor vielen Leuten zu zeigen. Table Tennis bedeutet alles für mich, es ist mein Leben, seit ich mich immer wieder erinnert habe, ich spiele Table Tennis. Superballwechsel und damit ist der neue deutsche Pokalsieger hier im Final Four. Superballwechsel und damit ist der neue deutsche Pokalsieger hier im Final Four. Superballwechsel und damit ist der neue deutsche Pokalsieger hier im Final Four. E-Mannschaft der TTF Liebherr-Oxenau.